Servus und Willkommen zu Let's Play Homeworld 2. Ja, lange ist es sehr, dass wir gespielt haben, aber heute geht's weiter. Und zwar mit der Einzelspiele-Kampagne Mission 7. Aus dem Hyperraum gezogen sehen sich das Mutterschiff und die iriganische Flotte von Progenitor-Schiff-Rax und Geben. Ja, ich weiß nicht mehr genau, was mich da erwartet, aber wir werden sehen. Jetzt kommt erstmal wieder ein Intro. Und das ist mal ein schöner Lardus Queen, finde ich. Und epische Ringe, epische Bauzeichnungen unseres Mutterschiffes. Schön. Nach Eintritt in den Hyperraum steuerte uns das Orakel zu seiner letzten bekannten Position. Mit den Daten aus dem Wrack konnten wir die Datenspeicher des Orakels übersetzen. Das Wrack scheint die Brückensektion eines viel größeren Progenitor-Schiffs zu sein. Ein mächtiges Superschlachtschiff befindet sich im Heckteil des Wracks. Die Bezeichnung ist Torwächter von Sayuk. Tiefenscan-Telemetrie deutet an, dass dieses Progenitor-Schiff vor 10.000 Jahren auseinanderbrach und seither durch diesen Sektor treibt. Hyperraumkoordinaten eingestellt. Ja, 10.000 Jahre ist lang her. Und da tauchen wir aus dem Hyperraum auf. Oh nein. Oh nein, ich erinnere mich an die Mission. Hypersprung unterbrochen. Wir sind von Progenitor-Wrack-Teilen umgeben. Das Orakel bestätigt, dass dieses Wrack eins der Technik-Hangar des Progenitor-Schiffs war. Scans der Wracks ringsum haben Unregelmäßigkeiten der Quantenwellenform ergeben. Sie hindern uns daran, einen Hypersprung zu initiieren. Wenn wir das Super-Schlachtschiff erreichen wollen, müssen die Trümmer weg. Schicken Sie eine Sonde zur Untersuchung der Wracks los. Neue Forschung verfügbar. Neues Upgrade verfügbar. Wir sollen hier die Gegend erkunden und dabei uns verteidigen wahrscheinlich noch. Aber zuallererst muss ich kurz ins Menü. Ich muss die Optionen anmachen. Und bei Audio die elende Musik runterstellen. Das ist zwar schon gut, aber nein. Übernehmen. Ähm, ja, Moment. Und da bin ich wieder. So, zurück ins Spiel. Okay, wir sollen da Sonden entscheiden. Bestätigt. Und wir haben neue Forschung. Ja, das machen wir doch gerade. Das hier und das. Oh, Zerstörer-Chassis. Ja. Ja. Wir werden auf Zerstörer. Da könnt ihr drauf wetten. So, denen schicken wir noch einen kleinen Begleitschutz mit. Was haben wir hier? 1, 2, 3, 4. Die Pulsar-Helis schicken wir auch hier. So, bauen. Die sind voll, die sind voll, die sind voll. Hier ist das Maximum, wenn man Trägerschiffen erreicht. Aber, wo haben wir es? Flotte, Bevölkerungsinfo. Wir können noch Zerstörer bauen. 5 Stück und die werden wir auch bauen. Aufrüstung abgeschlossen. Bevölkerungs... Ne, ähm, Wart schlangen. So, die werden wir auf unserem Geschützplattform-Schiff bauen. Und zwar... 2 Dorfern. Verstanden. Der hat keiner. Der auch nicht. Rohstoff-Sammelschiff erwartet Befehle. Dann bauen wir noch 2 Lohnstrahlen. Melden uns zur Stelle. Produktion läuft. Melden bereit, Lappen. Sammeln bestätigt. Ihr Pulsar-Helis tut die Rücken leiten. Und die Helis auch. Ziel erfasst. Bereit. Sind auf dem Weg. Wir tun uns jetzt erstmal hier ein bisschen einigen. Melden uns zur Stelle. Grunde fliegt bestätigt. Wenn die Stänke da ist, wird man nächtig Probleme bekommen. Bestätigung. So, hier läuft alles. Ionen-Geschützturm fertig. So. Melden uns zur Stelle. Ähm, ja. Wir sollen Sonden bauen. Damit warten wir aber noch, weil... Sonden sind schlecht. Damit werden im... Okay, die Skripte werden auch so ausgelöst. Alarm! Wir registrieren gefährlich hohe Strahlenwerte. Was? Diese Wracks scheinen die Quelle zu sein. Ja, und? Melden uns zur Stelle. Wir müssen diese Wracks halt so startwerfen. Angreifzvektor festbelegt. Ob das jetzt so schlau ist, weiß ich nicht genau. Kuppe 2 meldet sich zur Stelle. Rohstoff-Sammelschiff wird angegriffen. Wuh, wuh, wuh? Koordinaten bestätigt. Rohstoff-Sammelschiff wird angegriffen. Wuh, was raus da? Bereit. Auf dem Weg. Verdammt! Stopp, 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 stopp. Stopp. Maschinen auf Leerlauf. Roger. Angriff abgebrochen. Das war schlecht. Das war sehr schlecht. Mutterschiff. Wir haben gerade eine komplette Rohstoff- Einheit verloren. Produktion läuft. Produktion läuft. So zehn Stück noch, aber nicht mit Stolz. Nee, 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 nicht mit Stolz von Hirikawa. Das machen wir auf den Trägerschiffen. Hier vier. Bestätigt. Hier vier. Verstanden. Hier vier. Bereit. Hier vier. Mutterschiff. Hier können wir jetzt Zerstörer bauen. Rohstoff-Sammelschiff fertig. Produktion läuft. Die rüsten wir auch gerade noch auf. Was haben wir noch verloren? Haley's, soweit ich das in Erinnerung habe. Roger. Haley's sind auch draufgegangen. Rohstoff-Sammelschiff fertig. Melden bereit ab. Die helft unserer Haley's. Rohstoff-Sammelschiff fertig. Okay, wir haben drei hiervon, drei davon. Wenn das nur fünf ist, bauen wir noch einen. Was ist jetzt schon wieder? Alarmstufe 1. Eine Vega-Langstreckensonde wurde aktiviert. Ja, sie übernimmt das natürlich. Sie muss zerstört werden, ehe sie dem Feind unsere Position meldet. Wie kann die das denn bitte überleben? Das ist der dickste Qualm da. Meine Güte. Bereit. Rohstoff-Sammelschiff fertig. Aufrüstung abgeschlossen. Rohstoff-Sammelschiff fertig. Auf dem Weg zum Ziel. Wir können keine weiteren Einheiten mehr unterhalten. Auf Abfangkurs gehen. Bestätigung. Sammeln bestätigt. Die Rohstoff-Sammelschiff sind anscheinend voll. Aufrüstung abgeschlossen. Das heißt, das kann weg, das kann weg, die beiden können weg. Melden bereit ab. Roger. Hier muss jetzt dieses... Ach, nein. Melden uns zur Stelle. Melden uns zur Stelle. Du fährst mit vor. Auf dem Weg zum Ziel. Roger. Verstanden. Pulsar-Heli-Staffel fertig. Bereit. Die weg. Sonde zerstört. Wahrscheinlich sendet der Feind Patrouillen zur Untersuchung. Bereithalten für mögliche Wegeangriffe. Bestätigt. Bereit. Gruppe 1 hat verstanden. Koordinaten bestätigt. Gruppe 2 meldet Bereitschaft. Das heißt, wir tun unsere Einheiten ein bisschen verteilt. Bestätigung. Kurs eingestellt. Verstanden. Dass wir... Auf dem Weg. Bestätigt. Koordinaten bestätigt. Gerade so viel, dass wir uns noch gegenseitig sehen können quasi. Pulsar-Heli-Staffel fertig. Bau nicht möglich. Wir können keine weiteren Einheiten unterhalten. Um wen geht's? Ach, irgendjemand hat noch Dings in seiner Warteschlange. Äh, Warteschleife. Bestätigung. Zerstörer fertig. Ja, Zerstörer. Oh. Da kommt er raus. Melden bereitshaft. Zerstörer sind geile Schiffe. Ich mag sie. Es wird. Zack. Da kommt er. Pfeil schnell die Dinger. Naja, fast. Aber, ähm. Okay. Noch fünf Staffeln. Melden bereitshaft. Pulsar-Heli-Staffel fertig. So. Bestätigung. Wie machen wir das jetzt? Aufgabenziel. Untersuchen Sie die Frags. Stellen Sie... Ach ja. Wir sollten ja Sonden bauen, um die zu untersuchen. Ähm, ja. Wir warten, bis noch ein Zerstörer fertig ist. Bereit. Bewegungsbefehl bestätigt. Roger. Grünes Licht bestätigt. Roger. Auf dem Weg zum Ziel. Melden bereitshaft. Da wird vorhin gesammelt. Heli-Corvetten-Staffel fertig. Wir können keine weiteren Einheiten mehr unterhalten. Bestätigt. Melden uns zur Stelle. Sind auf dem Weg. Hier, das sieht absolut aus wie ein Hypersprung-Kern. Absolut. Absolut. Das ist ein scheiß Wort. Egal, 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 egal. Oh. War da gerade was Rotes? Verstanden. Auf dem Weg zum Ziel. Bestätigt. Okay. Wir brauchen noch ein paar Geschütztürmer. Heli-Corvetten-Staffel fertig. Hangars sind bereit. Montage läuft. So, und da der Zerstörer jetzt rauskommt, bauen wir die Sonden. Sonde. Wollen wir drei Stück fahren? What the? Ha ha ha. Alarm. Übersprung-Signatur entdeckt. Elite-Streitkräfte der Vega steuern Trägerschiffe mit Schutzschilden durch die Strahlung. Mit Schutzschilden. Uuuuh. Ionen-Geschützturm fertig. Heli-Corvetten-Staffel fertig. Bau nicht möglich. Wir können keine weiteren Einheiten unterhalten. Da ist die erste Sonde. Roger. Und die schicken wir hier hin. Sonde ausgeschickt. Geschützturm fertig. Ach, die zweite Sonde ist auch schon fertig. Die schicken wir hier hin. Sonde ausgesetzt. Achtung Leute, wir haben zu viele Sammelschiffe hier. Mit Verzögerung ist zu rechnen. Melden uns zur Stelle. Bestätigung. Regenitor-Beweger wurden in der Wolke geortet. Nöööö. Not schon wieder. Die Forschungsabteilung hat die Analyse des entdeckten Bewegerwracks beendet. Wir verfügen jetzt über Beweger-Technologie. Bauen Sie eine Anlage für Bewegerbau. Was? Neue Bauoptionen verfügbar. Geschützturm fertig. Wo? Wo, 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 wo? Mutterschiff. Hä? Schiff wird angegriffen. Das verstehe, wer will. Ich tue es nicht, aber, ähm... Wie soll ich denn bitte einen Beweger... Hä? Anlage für Bewegerbau. Aufgaben zählt. Bauen Sie Beweger, um die radioaktiven Trümmer zu beseitigen. Rohstoffe erschöpft. Dem Mutterschiff ein Bewegersystem. Wie denn? Ja, da, Anlage für Bewegerbau. Produktion läuft. Ich glaube, hier hat er sagt, Rohstoffe erschöpft. Ja, hat er. Dann gehen wir mal mit denen allen nach hier hin. Das soll kommen wir nicht abhören. Na, 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 na. Bist du verrückt? Bist du verrückt? Passt du ab da? Verstanden. Gruppe 1 hat verstanden. Komm zurück. Ich bin getroffen. Gruppe 2 hat verstanden. Anlage für Bewegerbau ist online. Beweger können in die Strahlenwolke vordringen und die kontaminierten Wracks zerstören. Sie müssen zerstört werden, um dem Mutterschiff den Hypersprung zu ermöglichen. Die Brückegatte wird angegriffen. Bereithalten und eingreifen. Wir haben Gesellschaft. Produktion läuft. Feindkontakt. Dann mal los. Bereit. Angriff. Ziel in Partikelwolke verloren. Zerstörer fertig. Gruppe 2 meldet sich zur Stelle. Bestätigt. Melden uns zur Stelle. Grünes Licht bestätigt. Verstanden. Was ist denn, was für eine Taktik steht hier drin? Bomberstaffel fertig. Wir können keine weiteren Einheiten verhalten. Die Bomber sollen sich da raushalten. Verteidigungslinie eingerichtet. Gruppe 2 hat verstanden. Ziel erfasst. Gruppe 1 meldet Feindkontakt. Feindkontakt. Dann mal los. Ziel bestätigt. Verstanden. Sie sind genau am Rand. Da kann ich nicht angreifen. Das ist so scheiße. Da kommen die Zerstörer endlich. Bestätigt. Wir haben Feindkontakt. Melden uns zur Stelle. Bewegungsbefehl bestätigt. Melden Bereitschaft. Angriffskoordinaten eingestellt. Flachs Fregatte schwer beschädigt. Feindkontakt. Dann mal los. Dann mal los. Andock man überläuft. Mutterschiff. Roger. So. Wir liegen unter schweren Beschuss. Auf Abstand losgehen. Plattform bereite Transport vor. Wo auch immer die jetzt hingestellt worden ist, ist nicht gut. Roger. Stecke ihr Treffer ein. Verstanden. Bomberstaffel fertig. Melden Bereitschaft. Angriffsvektor festgelegt. Bestätigung. Andockfreigabe erteilt. Verstanden.